Wir werden die Freiheit, geben die Freiheit, geben die Freiheit, die Ruhe und die Freiheit. 1923, Machtwechsel am Bosporus. Kemal Atatürk gründet die Republik Türkei und führt das Land in die Moderne. Alliierte Truppen besetzen das Ruhrgebiet, um Kriegsschulden der Deutschen einzutreiben Die Bevölkerung leistet passiven Widerstand München, 9. November Die Nazis wollen an die Macht Hitler putscht Der 9. November, Kulttag der braunen Bewegung Hitlers Putsch zum heldischen Mythos verklärt Doch der erste Versuch nach der Macht zu greifen, er verlief ganz anders 8. November, Bürgerbräukeller Die Münchner Prominenz trifft sich auf Einladung der bayerischen Regierung Unter den Gästen auch zahlreiche Anhänger Hitlers Draußen lässt der Agitator unbemerkt seine Truppen aufmarschieren Waffen werden ausgegeben 20.30 Uhr Hitler stürmt mit Gefolgsleuten die Versammlung Tumult im Saal Um sich Gehör zu verschaffen, schießt der Demagoge in die Decke Neben mir stand ein Bekannter meines Vaters Ein Ministerialrat Und der sagte immer nur Kasperltheater, Kasperltheater Kein Theater Revolution in Deutschland November 1918 Der gefreite Adolf Hitler 1919 Politisch ohne Heimat Mit der roten Binde der Soldatenräte Entgegen der Legende Alles, alles angestichtet Und alles gemacht Und alles verantwortet Von den Männern des Novemberes 1918 Rechte Freikorps zerschlagen die Rote Revolution Auch in München Sie nennen es Ordnung schaffen Endlich weiß Hitler, wo er hingehört 1919 tritt er in die Öffentlichkeit Als Scharfmacher In Münchner Bierkeller macht er sich einen Namen mit Hetzparolen gegen Juden und Linke Ein wüstes Gebräu aus Angst und Hass Ich habe Hitler gehört, wer im Jahr 1920 sein Programm verkündet hat in einer Versammlung im Hofbeuerhaus Und da habe ich einen denkbar schlechten Eindruck von ihm Die Versammlung hat mit Humulten geändert Und da habe ich zu einem Freund, der mit mir in der Versammlung war, gesagt Dieser Mann dürfte nie eine politische Gewalt bekommen 1923 probt er die politische Gewalt Noch gilt Weltkriegsgeneral Ludendorff als Führer der bayerischen Rechten Er hält Hitler für den idealen Erfüllungsgehilfen Und dann kam das Jahr 1923 Und wir unternahmen den ersten Versuch, die Macht im Staat in der Hand zu bekommen Monarchisten und Nazis sind sich in einem einig Die Berliner Regierung muss weg Doch man misstraut einander Hitler fürchtet, dass die bayerische Regierung ihn ausboten will Er muss handeln Nur wenige Gefolgsleute erfahren von seinen Plänen Bürger Bräukeller am Abend des 8. November Hitler hat die Versammlung gestürmt Erklärt die bayerische Regierung für abgesetzt Er fordert mit hitzigen Worten den Marsch auf Berlin Zwingt Generalkommissar von Kahr mit ihm gemeinsame Sache zu machen Ein trügerischer Pakt Die Stimmung in dem Saal war also keineswegs begeistert Sie war eher erschreckt Oder man hat nicht gewusst, was wollen denn diese Leute eigentlich Sie wollen den Umsturz Die ersten Scheiben gehen zu Bruch Eilig gedruckte Plakate sprechen von Regierungswechsel Sie kaschieren das kopflose Unternehmen Es ist gut vorbereitet gewesen So gut wie überhaupt in Deutschland noch kein Verschlag vorbereitet war Legenden Noch in derselben Nacht wendet sich das Blatt Von Kahr setzt einen Funkspruch ab, indem er sich gegen die Putschisten stellt Berlin verhängt sofort den Ausnahmezustand Am nächsten Morgen weiß niemand so recht, wer in der Stadt das Sagen hat Auf dem Marienplatz versammeln sich Zehntausende, um die neuen Machthaber zu hören Das Kriegsministerium gerät in die Hand von SA-Chef Röhm Sein Fahnenträger Heinrich Himmler hinter Stacheldraht verhauen Linke und Juden werden in Schutzhaft genommen Ja, wir werden immer die Auffassung vertreten, dass die Stunde kommen wird In der wir dieses Volk aus unseren Reihen entfernen werden Dann bin ich natürlich zum Bürgerbreikeller Und da habe ich dann schon gesehen, dass Leute auf einmal dagestanden sind Und haben Hackenreizabwinden gehabt und haben ein Gewehr gehabt Aber noch in Zivil, aber die meisten waren dann schon gruppenweise Die SA bewaffnet mit Gewehren aufgestellt worden Zum Marsch durch die Stadt mit Ludendorff und Hitler an der Spitze Wie später immer wieder inszeniert Die Landespolizei hat klare Direktiven aus Berlin An der Feldherrenhalle kommt es zur Konfrontation Die Staatsmacht stellt sich gegen Hitler Als das Schießen begann, stellte sich sein Leibwächter Ulrich Graf vor ihn Und brach zusammen mit zahlreichen Schüssen im Unterleib Und zerrte den Hitler mit sich zu Boden Vier Polizisten und 14 Putschisten sterben Hitler entkommt leicht verletzt Er flieht zur Familie seiner Gönnerin Helene Hanfstengel an den Staffelsee Zwei Tage später findet ihn dort die Polizei Da hat er gesagt, jetzt ist alles verloren Jetzt hat es keinen Sinn mehr und dergleichen Und hat Anstalten gemacht, sich mit einer Pistole zu erschießen Und meine Mutter hat sehr schnell reagiert Und ist ihm in den Arm gefallen Und hat ihm die Pistole abgenommen Und ihm gesagt, Herr Hitler, das können Sie nicht tun Denken Sie doch an alle Ihre treuen Gefolgsleute Die können Sie jetzt nicht im Stich lassen Drei Monate später beginnt der Prozess wegen Hochverrat Ein Possenspiel Das Hitler wohlgesonnene Gericht übt sich in Milde Der Angeklagte wittert seine Chance Nimmt die Verantwortung auf sich Drängt Ludendorff aus seiner Führungsrolle Fünf Jahre Festungshaft in Landsberg Zeit genug, die Taktik neu zu überdenken In seiner Zelle diktiert er Rudolf Hess sein politisches Pamphlet Mein Kampf Schon nach neun Monaten wird er entlassen Der war ja bereits mehrfach vorbestraft Und wenn das Gericht nicht so dumm gewesen wäre Und hätte den laufen lassen Dann hätte der mindestens bis 29 oder 30 sitzen müssen Dann wäre es sowieso vorbei gewesen Der nächste Griff zur Macht gelingt Fortan feiert Hitler das peinliche Scheitern als Sieg Was als Farce begann, wird zur Tragödie Das ist ein bis 14'5.9 Schonvas ist ein bis 17.0 di Hex beginnt der� Die physiologicalen Die Musik Die Musik Die Musik Von der Die Musik Die Musik Die Musik Die Musik Die Musik Die 일m COMD